Du hast ja jetzt Capes, ein Cape an. Mit deinem Optifine müsstest du es ja haben, du hast ja donated. Du meinst mich? Ja, ja. Ja, eigentlich meine ich die Wand hinter dir. Okay. Ja, Optifine? Ich habe mir zum Glück vorsorglich schon mal ein paar Spitzhacken gemacht. Lass mich raten, die hat Optifine mit der vollen HD 1000... ...ein vollen HD-Pixel. Ja, jeder Pixel hat hier mindestens 1080p. Genau, ist klar. So, im Ofen brät übrigens... ...habe ich Fleisch reingepackt. Falls wir mal Futter bräuchten und so, ne? Komme ich denn jetzt wieder raus? Ich habe jetzt ein paar Spitzholz gesammelt. Ich stelle mal was auf meiner Minimap an. Die... Help. Oh, help. I need somebody. Help. Das hat damals mal mit der hier funktioniert, dass ich die... Ich könnte jetzt... ...Creeper machen was kaputt hier, oder? Ja, mir fällt nur gerade ein, dass ich eins vergessen habe, noch auszu... ...wieder umzustellen. Das heißt... Wenn du gerade stehen geblieben hättest, dich so hart trollen, könnte ich jetzt einfach den Creeper neben dich locken müssen, aber dann wäre die halbe Farm kaputt gewesen. Das wäre nicht mehr lustig. Ähm, ja, wie gesagt, ich... ...find hier gerade irgendwie nicht mal raus. Oh, nisch. So. Äh, Basti, ich hätte das noch vergessen, wieder umzustellen, weil das war noch von der Freebuild-Welt. Ah, okay. Weil wäre ja böse für ein Let's Play, wenn das noch an wäre, äh, wenn das nicht wäre. Ach, ich seh dich, Basti. Glaube ich. Sag mal, die Koordinaten... Ja, ich seh dich. Warte... Okay. Idiotisch schon. Äh, stay where you are. Warte. Ey. Verpiss dich, Schwille. Ich hätte jetzt nicht gebrauchen. Oh, hier ist Cola. Oh, Scheiße. Gut, dass ich mein Mikro ausschalten kann. Ich bin nämlich zu dem Zeitpunkt richtig da... äh, richtig am Husten. Aber nicht, dass ich wirklich krank werde oder so. Du gerade vor mir? Äh, wo seid ihr? Sag mal die Koordinaten... Sag mal die Koordinaten, wo ihr seid. Ey. Ey, hau mich nicht. Ich steh nicht so auf Schlampenspiele wie Hauen. Dann sag mit... Super, ich hab dir deinen Weg nach Hause gegraben. Dann sagt mir die Koordinaten halt nicht. Geh mal weg da. Och, geh du mal weg, Elia. Weil wenn du da, äh... Geh mal futsch, äh... Mein... Ich hau dich, du stehst mir im Weg. Oh mein God. Gameblogger was Arschloch. Du hast angefangen auf mich einzuhauen. Du hast dich grad dein Weg da raus und du drängelst dich voll vor. Äh, lol. Du hättest... Port mich bitte nochmal rüber... zur... normalen Welt... äh, zur Let's Play Welt. Weil ich bin gerade nämlich irgendwie... Du kannst doch einfach back eingeben. Gib mal... sonst gib du eben noch im VTP... blablabla ein. Da ich euch hierhin teleportiert hab... Ich, äh... Gut, dass deine Items an der Oberfläche liegen. Spawnst ihr sowieso... Spawnst ihr sowieso alle in der Free-Build-Welt. Da ihr selbst den Befehl nicht eingegeben habt. Das ist das ein bisschen... Volgarus, ich hab dir den Weg hier raus geschaufelt, ne? Ja, ich weiß. Äh, kommst du bitte gerade mal zum Haus, um mir meine Items wieder zu... Ah, schnell weg! Fundst du... Fundst du der Back-Befehl nicht jetzt? Normalerweise müsste... Aber wobei, das wäre fies. Doch, aber... Wir sind ja im Let's Play, da ist... Cheaten ja gleich böse. Stimmt, da war ja was. Ich glaub ich hab da noch... Warte mal kurz, ah. Ich wollte eigentlich ne Höhle suchen, nach dem Weg bin ich... Äh, wolltest du jetzt deine... Ah, okay, nein, nein, wolltest du halt deine... Ups, warte mal ne Spitzhacke. Also ich hab hier ein paar Items. Höhlen sind dunkel mit dem Shader. Äh, ne. Hatte ich nicht. Ich hatte, äh, ne Spitzhacke, ne Ho, ne Schaufel, ne Axt, alles aus Eisen. Was wolltest du denn mit ne Ho? Äh, falls ich ein Pferd, äh, falls ich ein Pferd vernichte. Ähm, meine... Meine Cookies, bitte. Äh, ich muss, ich muss leider, ich muss grade einschmelzen. Und Fleisch aus dem Ofen nehmen. Dann hatte ich noch Rapids und so. So, jetzt musste ich grade Fleisch aus dem Ofen nehmen für die XP, äh. Mit dem Holz rein mit der Kohle. Eisen rein. Naja, äh, über was für ein Thema wollen wir denn noch reden? Habt ihr noch irgendeins? Weil sonst würd ich jetzt noch mit eins entkommen. Aber ich will jetzt die ganze Zeit nur ich, nicht nur Themen ansprechen, sondern ihr könnt ruhig auch. ... ... ... ... Was nicht? Ja, schießt ruhig los! Peng! Peng! Basti! Basti! Dreh bitte um und bau diesen Grasblock weg! Oh mein Gott, nur weil Chris das selbst nicht kann? Wieso konntest du den Grasblock da nicht wegbasteln? Oh nein... Spawnzone? Ach scheiße ey, ist in der Nähe des Spawnbereichs, wo er ja nichts machen kann Ah ok, dann setz du mal bitte den Spawn irgendwo anders hin Ja warte, dann komm ich mal eben kurz nach Hause Ähm... Fail? Oh, wir haben hier gleich ne Wüste, ey Mini Zimt, hilfst du mal mal den scheiß Bamdrop zum reißen Ich hab... oh äh Ich weiß übrigens, wo Elia grad eben Bäume abgebaut hat Überein, nämlich so ganz komische Setzlinge Komisch, ne? Ich könnte kotzen, ich hab grad Home eingegeben und landete in der Freebuild-Welt Ahahaha Ich mach... ich sitz nicht... Aber schön, dass wir ein Dschungel nebenan haben Finde ich auch schön Was, Freebuild oder hier? Hier Nicht ja geil Baumhaus Ähm... Chris Ja? Guck mal ob du jetzt da unten irgendwie abbauen kannst Ich hab den Spawn nämlich jetzt hier oben auf einen Berg drauf gesetzt Jo, jetzt geht's Gut Danke Kein Ding Naja, wir haben hier auch ne Wüste in der Nähe Basti, wolltest du nicht sowieso? Wir haben alles irgendwie, kann das sein Wolltest du sowieso nicht noch Permissions hier drauf machen? Damit das ein bisschen einfacher ist? Äh... eigentlich schon Uneigentlich... keine Ahnung Ich lauf mal quer durch die Wüste Mach, was du nicht lassen kannst Weil hier hinten ist nämlich noch ne Schlucht in der Wüste Kurz mal den Mobjob Weil ich wette mit dir, dass auch hier... Und hier ist ein... Hier ist ein Dungeon, was eingefallen ist Cool Ach, könntet ihr jetzt mal aufhören da rumzufahren, ihr scheiß Deppen davon irgendwas Aber die Truhen sind geplündert Wer hat denn die Truhen hier geplündert? Keine Ahnung Vielleicht... vielleicht war da einer von uns schon, ich weiß es ne, wer weiß Das hier ist nämlich ein eingefallenes Dungeon, definitiv Da war ich wahrscheinlich schon Und ich glaub ich hab ein NPC Dorf gefunden Warte mal, ganz kurz Da wo die Kirche kaputt ist? Oh was? Die Kirche kaputt ist... Du bist in der Wüste Du bist... du bist bei ner Wüste gewesen, oder was? Jupp, das ist ein Wüsten-NPC-Dorf Da ist ne Schlucht Dann war ich das mit dem, äh... Mit dem, äh... Dungeon Weil das war der Dungeon, den ich gefunden hatte damals Ah, okay Sag das doch Ja ich... woher soll ich denn wissen, wo du hier rumlungerst? Ich seh das auch nicht Wie gesagt, hier sind Villager Hier ist ein Dorf, das ist cool Komplett aus Sandstone Hm... aber... Vielleicht können wir das ja, äh... mal lassen Und mal gucken, ob wir das noch ein bisschen ausbauen können Irgendwann mal Na? Woah, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe Hier ist nämlich auch ne Schlucht Da unten war aber auch schon mal jemand Und da steht nämlich ganz... und rot Jaaa... das war auch ich Ich wollte... Wir haben auch ne Laberquelle direkt an der Oberfläche hier Ich, äh... war schon an der Schlucht Und, äh... Chris weiß das Weil der hat, äh... der hat sich da mal runtergeworfen auch Nö... Echt, wirklich Du hast das wieder vergessen? Als heimales... Das war nicht die Schlucht Krass Das war der Berg da vorn Das war der Berg direkt vor unserem Haus Nein, äh... 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 Du, äh... auch bei der Schlucht Du, äh... Du, äh... Wolltest da runter, warst dir aber nicht ganz sicher Und hast mir, glaub ich, Items zugeworfen Um zu... äh... Sprich, dass ich die gesaved habe, falls du stirbst Dammit Ja, meine Iron Schaufel bekomm ich gerade irgendwie nicht wieder Ich geh mal auch in die Wüste Aber vielleicht find ich ja ein paar Dias Ich kann mal... ich lauf auch mal in die Wüste rein Was, die Dias können dich auch ganz leicht finden, aber ich mach's nur für dich nicht Ähm... Ähm... Elia... Elia... Lass das mit diesem Mod, bitte Ich wollt grad sagen, also... Wenn du noch weiterhin mit uns zusammen was machen willst, lass es Du es drauf anlegst, dass du es nicht mehr machen willst, dann mach es Du wirst es sowieso in 99% der Zeit nicht mitkriegen Ich glaub, soweit ich... soweit ich weiß, ist LockBlock installiert Und dann hättest du leicht verloren Mhm... Jo... Ich hab nur grad zwei Lava-Eimer gefüllt Ich geh da mal was abfackeln Nein... Ich... Wir haben nämlich direkt eine offene Lava-Quelle neben unserem Haus Ich sehe dich... Eve... Was? Wusstest du, dass wir eine Lava-Quelle eine offene haben neben unserem Haus mitten im Wald? Jaja... Ich meine, ich hab dich schon gesehen Hast du... Hast du die erste Folge vom LP gesehen von dieser Shuffle? Haben wir an der Lava-Quelle mit Creepern gekämpft Oh, jetzt einfach mit epischer Story unterlegen, oder wie? Ja, Mann Stimmt, das war doch die, wo wir auch waren Ja, das war die, wo der generelle Spawn von der Geschichte hier war Genau Ich bin Level 3, glaubt ihr, ich krieg irgendwie eine Flammenverzauberung auf mein Schwert Mittel... keine Ahnung, ich... Ich bin... Abgesehen davon, dass wir kein Verzauberungsding haben Ich bin Level 8 Ja, ne, einfach nur, damit ich Tiere töten kann und dann gebratenes Fleisch krieg Ich hab... Ich hab... Ich hab Basti hier grad noch irgendwo gesehen und schon ist er weg Alter Schwede, ich könnte Kristoat von, äh, bösartig weg... Irgendwie mit dem Eimer, aber... Das machst du bitte nicht, auch wenn leider PvP an ist, was nicht ausschaltbar ist Äh, doch, es wäre auszuschalten... Na gut, ich kann, ich kann... Ich kann den... Ich kann den Lava einmal nicht mal benutzen, es steht dran You're not permitted to use Lava Bucket LOL Wow, wow Essentials ist ja auch immer kur... Wird ja immer kurioser Essentials macht alle... Alle gefährlichen Blöcke blockiert, äh, außer für die Admins Das heißt, ich könnte wahrscheinlich auch kein TNT setzen Warte mal, ich... Dann, dann... Kann ich mir denken, welcher Shatter... Äh, welche... Welche Version dieses Plugins das genau macht Steve? Yes Egal, nee, jetzt nicht... Können wir nachher... Können wir nachher mal testen Wenn wir meinen TNT Block gibts den, ich guck mal, ob ich den setzen kann Ja, wieso? Solange du ihn nicht anzündest, ist doch eh alles Jacke Ja, aber dann müsste er den jetzt ja cheaten, den TNT Block, oder haben wir... Lop Und im Let's Play wollen wir eigentlich nicht cheaten, auch wenn ich mich gerade kurz eben nach Hause gecheatet hab Dann leider mal eben wieder in die Let's Play Welt reingehen musste und... Ach, keine Ahnung... Eine Schlucht, wo du nicht rauskommst Hm, keine... A von Bach Eine Schlucht, wo du nicht rauskommst A von Bach Außer ich sammle jetzt soviel Copperstone, dass ich mich nach oben bauen kann und das äh... A von Bach A von Bach